Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Angebot-Video, wo ihr auf Instagram Karten holen könnt. Ab und zu auf YouTube-Videos dafür und bietet euch Karten an und dann legen wir mal los. Ich habe hier noch ein paar Mal in die Karten und dann habe ich hier noch Kater. Kater. Baldi. Kater. Ja, warte. Kater. Baldi. Warte. Jao. Zu 125. 3 Euro. Aber zusammen kriegt ihr die für 7 Euro statt 8 Euro, Leute. Gönnt euch. Und dann Prism Insert. Da habe ich hier Matthew Ryan, Shelinek, Busufa, Routinho, Shohar, Touaretska, Ihehe Nacho, Chris Bacca, Kim Shin, Kante, Torres, geniessk biased, Connections, Newera, Chris, ee... Christian Eriksen, Skorah's Club, Skorah's Club, Sri Ruhou Fundamentals, Bordgo admire· Fundamentals, Iniesta. 3 von diesen Karten aus eurer Wahl dürft ihr euch aussuchen. 3 Insert-Karten für 1,50 Euro. Dann habe ich noch anzubieten ein Lucas Pyshek. Autogramm für einen Fünfer, 5 Euro. Eine Andres Cuadrado für 6 Euro, heißt 11 Euro. Insgesamt werden beide. Kauft ihr jetzt einzeln, macht ihr einen Fehler. Denn beide zusammen kriegt ihr für 11 Euro. Könnt ihr auch gleich beide kaufen, ja. Hier sind 6 Euro. Und hier sage ich mal 5 bis 6 Euro Preis, halt Verhandlungsbasis, ne. Zack, so. Dieses Jahr eine Immaculate nummeriert zu 46 von 49. Also deswegen nochmal was geiles, ne. Richtig geile Premium Serie. Immaculate. Immaculate. Jo, was habe ich noch? Ich habe noch eine Mystery Box für einen Zähler. Huuuh, die stimmt. So. Ja. Dann was sage ich auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ein Abo da. Und bestellt gern was auf Instagram. Ich sage nur bis demnächst. Und tschau. Und tschau. Das war's.